Läuft das jetzt schon? Ja, ich denke schon. Ja, also es ist nur ein kleines Ankündigungsvideo. Ja, ich habe jetzt, ich werde ein Techic Modplay machen und ein Technic Modplay. Und alles was es halt in diesem Dings da gibt, also ich habe mir da diesen Techic Launcher mal geholt und dann mal reingeschaut, was es da so gibt, ne? Und ist ja ganz cool. Und das erste was ich gemacht, das sind die Miklärbomben ausprobieren und ja, davon gleich mal 6, 7. Hey, wir sind im Creative Mode, cool. Alles einfallen. Also, ich habe mir das mal angeguckt, ich will es euch nochmal zeigen, er macht neue Welt, weil ist doch langweilig, wenn wir jetzt hier alles schon gecheatet haben. Zum Beispiel das da ist neu, das sieht man ja. Passt auf. Also, normalerweise würde ich sagen, gibt es 5, 6 Seiten, ne? Jetzt schaut mal hier, wie viel es gibt. 51 fucking Seiten. Das ist nicht wahr. Jetpack, äh, oh Gott, äh, was ist das? Das wird so viel, man. Ich habe jetzt mal dieses Ding hier, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, das sieht cool aus. Ohohoho. Das ist cool. Und ich denke, wir werden damit sehr, sehr viel... Ey, guck mal, das ist auch noch. Baut das eigentlich ab, die Blacker? Lol. Das ist extrem nützlich. Ähm, einziges Problem war sein, aber ich habe keine Ahnung, wie man das alles craftet. Das bedeutet, ich werde niemals alles schaffen können. Und ich weiß nicht, ich habe da immer so meinen treuen Abonnenten, der mir auch das hier empfohlen hat. Danke dafür nochmal. Das müsste da Top Fail LP sein. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, also... Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr dann noch wildet. Also, nur wenn ihr wildet. Dass ich mal noch ein anderes Modplay anfange, wo ich mir die Mehr... Na gut, die Mehrheit dann so ein bisschen ercheate. Lol, was für ein Göhlerbag. Ähm, die Mehrheit ercheate und alle mal Items so gut wie möglich vorstellen. So vielleicht jeden Tag eine Seite oder so. Aber das muss ich nicht machen, wenn ihr das nicht wollt. Uff, ja... Das... Das, ja... Das, ne? Ne, das ist unglaublich. Schaut mal, was es hier alles gibt, man. Ist doch gar nicht möglich. Hier gibt es zum Beispiel Dynamit. Finde ich cool. Das gibt es in dieser Form auch normal. Das kann es so anzünden und werfen. Und hier... Ach, wirfst das einfach nur... Ach, kann es anscheinend auch hinstellen. Aber explodieren tut das nicht, oder? Oder? Ich will das da gar nicht hinstellen, man. Ich will es nur explodieren lassen. Passiert da irgendwas, wenn das explodiert? Ja, okay. Ah, okay. Cool. Hier gibt es echt so viele Möglichkeiten. Das wird ein ziemlich krankes Mod-Play, denke ich mir. Und... Jo... Ankündigungs-Video schon wieder drei Minuten. Ne, das macht so viel Spaß, man. Erste Folge kommt heute oder morgen oder übermorgen. Mal schauen, ob ich Lust habe aufzunehmen oder nicht aufzunehmen. Oh mein Gott, Mann. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Also der Typ, also die ganzen Mods, die sie entwickelt haben. Mal raus an alle Mod-Entwickler. Ihr seid best, Mann. Ja... Ich werde mir immer mal Minecraft-Forum anschauen und erzählt eh nichts mehr. Von daher beendet ich das mal. Ankündigungs-Video vorbei. Und... Jo... Lasst kommen, egal ob ihr wollt oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!